Ich habe einen Arbeitskollegen, der hat oder hat so einen... Ich habe einen Arbeitskollegen, der hat so einen... Ich habe einen Arbeitskollegen, der hat so einen... Ich habe einen Arbeitskollegen, der hat so einen... Alles gut. Das ist ein bisschen rübergeräuschen. Okay, jetzt versuchen wir ein bisschen an den Höller. Geradeaus, die ist weiter rechts. Okay, jetzt versuchen wir... Okay, jetzt wieder gerade. Jetzt mache ich gleich eine leichte Rechtskurve. Jetzt. Jetzt mache ich eine leichte Rechtskurve. Mal wieder zurück. Ich bin das. Ich bin das. Ich bin das. Ich bin das. Das war's für heute.